Hey, willkommen bei meinem Video über die Nernstgleichung. Die hier eingeblendete Gleichung ist die Nernstgleichung. Aber wozu braucht man diese überhaupt? Um euch das zu erklären, zeige ich euch vorher einen kleinen Versuch. Hier wurde eine galvanische Zelle aufgebaut. In den äußeren Bechergläsern befindet sich Silbernitratlösung mit je einer Silberelektrode. Die Bechergläser sind über Salzbrücken miteinander verbunden. Außerdem sind die Elektroden miteinander verbunden. Die Spannung zwischen den Elektroden wird von einem Potenzialmeter gemessen. Da in beiden Gläsern die gleiche Konzentration Silbernitratlösung enthalten ist, sieht man beim Einschalten des Potenzialmeters, dass kein Strom zwischen den beiden Elektroden fließt. Wir wiederholen den Versuch. Nun aber mit zwei unterschiedlich stark konzentrierten Lösungen. Die eine Lösung hat eine Konzentration von 10 hoch minus 3 mol pro Liter. Die andere 10 hoch minus 2 mol pro Liter. Beim Einschalten des Potenzialmeters sehen wir, dass eine Spannung von ca. 50 mV entsteht. Die 10 hoch minus 3 mol pro Liter Lösung wird durch eine 10 hoch minus 4 mol pro Liter ersetzt. Die Spannung steigt auf ca. 100 mV. Die Frage ist, was passiert bei diesem Versuch? Wir haben eine galvanische Zelle, bei der Anode und Kathode aus dem gleichen Metall bestehen. Anoden- und Kathodenraum allerdings unterschiedliche Konzentrationen einer Metallsalzlösung enthalten. Das ist ein sogenanntes Konzentrationselement oder eine Konzentrationskette. Die Halbzelle mit der kleineren Konzentration bildet die Anode, die mit der höheren Konzentration die Kathode. Das System dieser beiden Halbzellen möchte ins Gleichgewicht kommen. Deswegen gehen in der Halbzelle mit der geringeren Konzentration mehr Silberionen von der Elektrode in Lösung. Die entstehenden Elektronen fließen zur Kathode und reduzieren dort Silberionen zu elementarem Silber. Um die Ladungen der Zellen auszugleichen, diffundieren die negativ geladenen Nitrationen vom Kathoden in den Anodenraum. Bei diesem Prozess wandern also Elektronen. Dies bedeutet, dass elektrischer Strom fließt. Und die Spannung, die dabei entsteht, können wir mit der Nernstgleichung berechnen. Diese setzt sich zusammen aus der Temperatur in Kelvin, der Anzahl der übertragenen Elektronen, der Faraday-Konstante, der Gaskonstante und dem Standard-Elektroden-Potential des jeweiligen Elements. Also setzen wir für unseren Fall die Werte ein, als erstes der Anodenraum. Das Standard-Elektroden-Potential von Silber ist 0,8 Volt. Der Versuch wurde bei 25 Grad, also 298,15 Kelvin, durchgeführt. Und es wird pro Atom ein Elektron übertragen. Die oxidierte Form sind die Silberionen, also hier 10 hoch minus 3 Mol pro Liter. Die reduzierte, die Silberatome. Bei unlöslichen Stoffen, wie der Silberelektrode, legen wir die Konzentration immer als 1 Mol pro Liter fest. In der ersten Halbzelle entsteht also ein Elektroden-Potential von 0,6225 Volt. Das gleiche machen wir für die zweite Halbzelle, den Katodenraum. Hier beträgt die Konzentration der Silberionen 10 hoch minus 2 Mol pro Liter. Es entsteht ein Elektroden-Potential von 0,68 Volt. Die Gesamtspannung des galvanischen Elements berechnet sich aus der Differenz der eben berechneten Potentiale für Anoden- und Katodenraum. Diese Spannung ist die von uns mit dem Potentialmeter gemessene Spannung. Werden diese Messungen bzw. dieses Experiment bei 25 Grad durchgeführt, so kann man die Nernstgleichung zu der hier abgebildeten Gleichung vereinfachen. Dabei werden die Naturkonstanten R und F zusammengefasst und ein Umrechnungsfaktor vom natürlichen Logarithmus zum dekadischen Logarithmus angewendet.